das glück sind wir schon mittlerweile verdammt sehr sehr nah gekommen jetzt geht es um minimale verfeinerungen um das glück noch weiter anzunehmen um die wahrscheinlichkeiten zu erhöhen ich bedanke mich dass sie das video angeklickt haben liebe zuschauer wir bleiben erst mal auf der rechten seite und zwar wir wollen diese seite ein für allemal dicht machen so dass wir uns nur noch mit der linken seite beschäftigen können aber wie geht das die lösung lautet bremse einbauen also ein sogenannte bremssystem soll das system ja stoppen aber wie soll das denn bitte funktionieren wie baut man hier eine bremse ein ganz einfache lösung und zwar wir nehmen uns die spalte hier teilen das ganze durch 0 1 2 2 3 4 also wir schneiden das ganze in der mitte auf hier müssen sechs zahlen reinfallen noch mal hier müssen zwingend sechs zahlen reinfallen und wenn hier zum beispiel wie hier oben wenn hier lücken sind dann ist bestimmt hier zwei stück eingefallen oder vielleicht hier zwei stück eingefallen es müssen zwingend sechs kugel reinfallen und es ist unmöglich dass die kugel ja hier neben fallen versteht ihr das geht die müssen hier reinfallen also entweder fällt zwei hier rein vier hier rein drei drei hier drei hier mein gott eins hier keine ahnung wie viele fünf vier ja es war die zwei nicht aber egal jetzt mal so ganz dumm gerechnet also es müssen immer auf irgendeine seite mehr kugel reinfallen wenn wir das ganze jetzt auf unsere spiel projizieren damit ihr sieht wie geil diese bremssystem ist das ist ja die zwingend von mittwoch also von gestern gewesen entschuldigung von vorgestern und zwar wir haben hier unsere spalte ich habe genau dieses aufspaltung auch hier gemacht jetzt kommt das geile dran und zwar stellt euch mal vor ihr spielt hier auf diese seite auf spalte 1 2 und von mir aus ich gehe rüber auf die vier 124 wenn ihr euch nur für diese seite entscheidet also von mir aus ihr bleibt einfach auf 0 12 ja dann werdet ihr daran scheitern warum weil hier nur ein treffer gibt das ist diese grüne aber wenn ihr das system aufschneidet und ihr die bremse einbaut ist hier zu 99 99 prozent ein treffer drin denn wenn oben scheitert trifft unten auf jeden fall man sieht hier und sind drei grüne spalten genau das macht diese strategie aus oder wir gehen mal weiter ja von mir aus wir nehmen uns erstmal diese drei zwei sind oben drei sind unten versteht ja wir wollen gar nicht weiter nach rechts gehen also man sieht auch 67 und die acht die kommen sowieso ganz selten aber mir geht es darum dass er versteht wenn wir hier auf der rechten seite das spiel aufteilen dann verdoppeln wir unsere gewinn chancen ich meine wir müssen noch zu sehen dass wir hier natürlich auch auf richtige spalte setzen aber dann sind wir mit dieser seite ja hier wir sind hier mit gar nicht mehr beschäftigt das ist erledigt abgehakt und genau das solltet ihr auch machen und das ist auch der grund warum ich bei erste strategie video und zwar mit neun zahlen ein dreier erwischen ja daran bin ich gescheitert weil ich mich auf diese oder für diese seite und nur für eine seite in china beziehungsweise ich bin gesprungen man darf nicht bringen man darf zum beispiel nicht 1 2 4 nehmen oder 0 1 3 von mir aus ja 0 1 3 wäre zwei hier eine hier diese sprung darf man nicht machen einfach teilen auf beide seiten spielen und letztendlich müsst ihr statt auf zwei linien auf vier linien spielen ich wünsche euch alles gute und bis bald